Wenn zum Beispiel unsere Gänse im freien Lauf zum Genuss werden, wenn unser Obstgarten geerntet wird, die Früchte zu Saft und Schnaps gebrannt werden, der Weinkeller geöffnet hat und das mit einem perfekten Essen zusammen zu kombinieren, dann beginnt der Herbstgenuss. Das Naturparadies Pammhagen in der Nähe des Neusiedlersees lockt im Herbst mit zahlreichen Genüssen. In diesem Gemüsegarten Österreich gibt es nicht nur hervorragende Kulinarik, sondern hier gibt es auch alle Angebote von Freizeitsport. Zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Traktor lässt sich die Region wunderbar entdecken. Ein Highlight ist das Genussfestival, das jedes Jahr im Hotel- und Feriendorf Villa Vita Pannonia stattfindet. Dabei können die Besucher regionale Spezialitäten direkt von den Produzenten verkosten. Weiters haben wir hier einen der größten Steppentierparks, wo wir auch diese Vielfalt an Tieren besichtigen können. Und schließlich lockt noch das kleinste Museum des Burgenlandes. In diesem Türkendurm wird die Geschichte Pammhagens, des Seewinkels und der Region auch erzählt. Die Geschichte Pammhagens, der Region auch im Hotel- und Ferienlandes. Die Geschichte Pammhagens, der Region auch im Hotel- und Ferienlandes. Die Geschichte Pammhagens, der Region auch im Hotel- und Ferienlandes. Die Geschichte Pammhagens, der Region auch im Hotel- und Ferienlandes. Die Geschichte Pammhagens, der Region auch im Hotel- und Ferienlandes. Die Geschichte Pammhagens, der Region auch im Hotel- und Ferienlandes. Die Geschichte Pammhagens, der Region auch im Hotel- und Ferienlandes. Vielen Dank.